Hallo, mein Name ist Andi Schlüter. Ich bin Teil der Gesamtleitung beim BUJU, ansonsten für die Jugendarbeit im Bund zuständig. In diesem Jahr verantworte ich die Themenwelten und werde predigen. Genau, da freue ich mich schon tierisch drauf, vor euch stehen zu dürfen, in 5000 Gesichter zu gucken, gemeinsam Gott zu loben, richtig viel Spaß zu haben und zu entdecken, wie groß und wunderbar unser Gott ist. Dann freue ich mich drauf, euch auch im dezentralen Bereich zu sehen, die vielen Begegnungspunkte im Marktplatz. BUJU 2018 für mich immer wieder ein Highlight. Von daher hoffe ich, dass wir uns sehen. Bis dann.